Leute, it's TIME! Zeit für ein Video über ihn hier! TIME geschrieben T-Y-M ist ein Rapper? Ich ahne den Typen schon eine Weile und seine aktuelle, super weibige Single, Du Weißt, hat er mit dem Produzenten Powercouple Mixu und McCloud aufgenommen. Wer TIME ist, wie er so tickt und warum er die Schnittstelle zwischen Deutschrap und Hyperpop ist, das seht ihr jetzt. Aber erstmal nehmt euch ne Sekunde TIME und lasst ein Abo da. Irgendwann packt man einfach sein Handy aus und macht das. Tim Rumpelt aka TIME aus Stuttgart. Seinen Sound und seine Ästhetik finde ich gerade übelst interessant. Und ihr? Ja, offensichtlich auch. In dem, was er macht, da steckt super viel drin. Allein schon diese verrauschten Nebel-Low-Res-Vibes in den Videos. Aber natürlich auch die Mucke. Das ist Emo, Autotune, Soundcloud, Synthi, Pop. Irgendwie anders einfach. In den letzten circa anderthalb Jahren hat TIME eine ziemlich krasse Entwicklung gemacht. Ich hab mich mehr getraut, weil Leute, die mich kennen oder meine Story oder meine Backstory gut kennen, wissen ja, dass ich einfach, was Musik angeht, eigentlich viel weiß und viel kenne. 2023 klingt TIME definitiv anders als am Anfang seiner Karriere. Weniger Trap und wer-auch-immer-Type-Beats, dafür mehr Melodien und Experimente. Er ist mittlerweile an einem interessanten Punkt in seiner Karriere. Gerade noch so Newcomer, aber schon Features mit Edozaya und TeeLo. Für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als würde er bald das nächste Level freispielen. Ins Rap-Game eingestiegen ist TIME wie die allermeisten anderen auch. Als Fan. Und zwar erstmal von Ami-Rappern wie Mac Miller, Kid Cudi und... Aber es war Lil Wayne, glaube ich, was das erste wirklich war, wo ich in Kontakt kam zu Hip-Hop. Aber ich weiß noch, ich hatte Lollipop, den Song, und ich hab den in dem Sommer im Skatepark auf jeden Fall auf Repeat ganz hell gehört. Fun Fact, TIME wächst zweisprachig auf. Seine Eltern kommen aus Südafrika und sprechen mit ihm Englisch, Deutsch lernt er erst im Kindergarten. Er singt mehrere Jahre im Knabenchor und spielt Schlagzeug. Mit ein paar Homies fängt er dann auch irgendwann mal an zu Freestylen. Bald macht er die nächsten Steps. Erst über rando YouTube-Beats rappen und dann auch eigene Sachen bei Soundcloud hochladen. Über Soundcloud connectet TIME auch mitten im damals noch unbekannten Produzenten namens Palace. Mittlerweile haben die beiden keinen Kontakt mehr. Aber 2017 und 2018 droppen ein paar gemeinsame Songs und langsam tut sich was bei TIME. Damals auf Soundcloud hatte ich durch ein paar Songs und so lokal einfach so ein paar Hypes, weil ich auch in der Zeit so viele Club-Shows gespielt hab. Das war, als ich noch viel jünger war und das waren noch eigentlich so meine ersten Shows als TIME. Und da ging es eigentlich so lokal halt damals in Stuttgart immer voll ab oder die Leute wussten halt, wer das war oder man hat viele Streams über Nacht bekommen. Soundcloud hat ja seit einer Weile schon ein kleines Revival. Seid ihr da viel unterwegs? Schreibt's mir in die Kommentare. Von Anfang an hat TIME einen krassen Output. Extrem viele Releases in relativ kurzer Zeit. Früher war es halt eher so, dass ich viel einfach gemacht hab, gemacht hab, gemacht hab, teilweise vier, fünf Songs am Tag. Aber dann hab ich das halt über die Zeit verstanden, dass ich, wenn ich das alles organischer und an einem Track vielleicht mal am Tag arbeite oder in der Woche oder so, dass ich dann mir mehr Zeit für ein gutes Projekt nehme, anstatt die ganze Zeit nur Sachen rauszuwerfen. 2019 bringt TIME dann sein erstes größeres Projekt namens ME raus. Darauf ist auch sowas wie sein erster richtig krasser Hit. Lust. Gib mir noch mehr Drugs, kill die Schmerzen, weil ich muss. Alles, was ich suche, ist Liebe, doch ich finde nur noch Lust. Damals war es auch schon crazy, dass ich damals schon großen Support von Spotify bekommen hatte und ich in irgendeiner großen Rap-ind-Deep-Playlist war oder sowas. Und das irgendwie so zweieinhalb Jahre lang oder drei Jahre sogar. Aber auch so einfach diese New Wave oder die Szene, die einfach in der Zeit war, die hat halt einfach den Song geschluckt, die hat den einfach inhaliert. Und dann war es das. Das war auch eine lange Zeit einfach so dieser Song, über den viele Leute mich auch einfach kannten. 2021 kommt das Tape DEVIL NEVER EVEN LIFT. Zur Single Stressed Out gibt's auch ein allererstes Musikvideo. Ende 2021 taucht dann in TIME Social Media zum allerersten Mal diese nice, bunte Balaclava auf. Sowas wie sein Signature-Look. In der Zeit hat meine Freundin irgendwie angefangen, diese zu machen und einfach so. Und ich habe sie angefangen anzuziehen und ich fand es irgendwie ein Look. Ich weiß nicht, es hat irgendwie gepasst. Ist auf jeden Fall ein Look, den ich leider nicht pullen kann. Mit der Zeit hat TIME aber nicht nur seinen Style, sondern auch seinen Sound verändert. Vergleicht mal diesen Song von 2019. Mit diesen Tracks aus dem letzten halben Jahr. Da ist schon ein Sprung passiert, sagt TIME auch selbst. 2017, 2018, 2019 hätte ich mich auch schon viel mehr trauen können und viel mehr Sachen können und musikalisch ausprobieren können. Weil ich habe mich selber eigentlich ein bisschen eingeboxt und deswegen bin ich sehr froh, dass ich mich so entwickelt habe und rausgesteppt bin und weitergemacht habe und Neues erforscht habe. Ich habe auch mal, ey, ich habe auch Drops gehabt, da haben nicht so viele Leute zugehört, weil der Sound einfach plötzlich zu anders war. Und ich musste mir teilweise halt eine ganz neue Fanbase, was das angeht, aufbauen, aber ich glaube, das war es irgendwie immer wert. Während TIME mit seinem Sound experimentiert hat, hat er auch immer wieder mit anderen Artists zusammengearbeitet. Ist ne ziemlich lange und ne ziemlich wilde Liste. Von New Wave über Stars wie T-Lo bis zur Indie-Pop-Band Zimmer 90 ist gefühlt alles dabei. Mir ist auch aufgefallen, dass TIME immer wieder Songs mit Artists macht, die ich nicht wirklich bis gar nicht auf dem Schirm hatte. Acts wie Louis, Lay und Alekto zum Beispiel. Ich würde sagen, dass die alle die Zukunft sind auf jeden Fall oder wir zusammen die Zukunft sind. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir alle zusammen sind, weil wir auch so viel gerne so experimentieren, andere Sachen machen. TIME will den Zeitgeist also nicht nur selbst mitnehmen, sondern auch mitprägen. Statt so einen Stanni-Satz rauszuhauen wie, ich bin kein Teil von irgendeinem Genre, ich mach mein eigenes Ding, sagt er, ja safe bin ich Hyperpop. Ich war auch einer der ersten in Deutschland, die Hyperpop gemacht haben, auch mit 9&9-Remix, das war ja so einer der ersten großen Hyperpop-Stands in Deutschland, wenn man so will. Ich glaube, dass Leute so noch nicht ganz die Definition von Hyperpop verstanden haben. Hyperpop heißt nicht üft, 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 sondern Hyperpop heißt, Hyper ist einfach das Wort für übertrieben. Das heißt, es ist übertrieben hart oder übertrieben schön, übertrieben weich, übertrieben laut, übertrieben leise, es kann alles sein. Mit übertriebenen oder extremen Arten von Pop kennt sich TIME gut aus. Er war früher krasser Tokyo Hotel-Ultra, war auf dem ersten Deutschland-Konzert von Mac Miller und eines seiner Lieblingsalbums of all time ist Pop 2 von Charli XCX. TIME legt sich nicht auf einen Sound fest. Er entwickelt sich dauernd weiter, connectet und arbeitet mit verschiedenen Leuten und hat Vertrauen in die eigenen Skills und in die eigene Vision. Da droppt er dann auch mal einen Song, der klicktechnisch vielleicht jetzt nicht alles abreißt, aber halt unique ist. Checken natürlich nicht alle. Seine aktuelle Single, Du weißt, ist für mich, was catchendes Arrangement und Vibe angeht, nochmal einen Schritt nach vorne. Baby, buy some, was ich denk. Remember, das Life ist ein Geschenk. Wir werden drunk zusammen, haben fun zusammen. Wir tanzen dann bis zum Morgenbaum. Dann hat es jetzt am Ende doch voll Sinn gemacht, dass er im Februar rausgekommen ist, weil ich glaube, das hat ein bisschen dieses Sommerfeeling und diese Sommernächte so ein bisschen zurückgeholt in diese Kälte. Ein bisschen wie so ein kleines Antidepressiva. TIME hat uns erzählt, dass in der Session mit Mix und MacLeod zwei Songs entstanden sind. Kommt da also vielleicht demnächst noch ein Track von den drei zusammen? Ich hätte auf jeden Fall Bock. Und jetzt seid ihr dran. Ist TIMES Zeit als Mainstream-Star gekommen? Ist Hyperpop der neue Pop? Schreibt's mir in die Kommentare. Eine andere Rapperin, die gerade zeigt, wie viel sich im Deutschrap tut, ist Ruhe aus München. Mein Video über sie findet ihr hier. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis nächste Woche. Gangenau zu den nächsten Minuten. Vielen Dank.